Herzlich Willkommen hier bei uns am Club. Wir kennen uns ja schon, Sailing Palettes. Wir haben gedacht, wir reden die ganze Zeit darüber, was wir jetzt machen mit der Fliegerei. Jetzt haben wir gedacht, wir nehmen euch mal mit auf den Club. Zeigen euch mal, wie der Job soll läuft und Flugzeug hier. Kleinkuss, der Albert hier und da. Wisst ihr, was das Schöne ist beim Fliegen? Beim Fliegen ist es ethisch, wie man Siegeln. Wenn man rausschaut zum Fenster, also hier beim Cockpit-Fenster, oder dann im Segelboot aus dem Cockpit rausschaut, gut, das sind keine Fenster. Aber wenn man dann da rausschaut, dann sieht man beim Segeln und beim Fliegen nämlich das Gleiche, ganz, ganz viel Blau an was sein Blau ist. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Das wäre das Gleiche. Dasètres das Gleiche. Derезfass巾 Gut, da können wir schon mal unsere Leute grüßen hier. Viel Spaß Leute beim Flug hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.